Ja, sehr herzlich willkommen zu einer kleinen Übersicht darüber, wie wir die Indirekte Rede im Englischen verwenden. Und das ist sehr unterschiedlich zum Deutschen, deswegen müssen wir das einmal ein bisschen systematisch durchgehen. Das wirkt am Anfang kompliziert, ja, aber wenn man eine Übersicht hat, dann weiß man, dass das ganz leichte Regeln sind, die halt einfach auch relativ leicht zu verfolgen sind, ja, tatsächlich. Genau, was ist nochmal Indirekte Rede? Wir machen auch so einen Satz wie, oder beziehungsweise zwei Sätzen eigentlich, ich sage, ich mag dich, hier mit direkter Rede. Daraus wird dann, ich sage, dass ich sie mag. Und im Englischen funktioniert sowas halt nicht mit dem Konjunktiv. Im Deutschen machen wir daraus, glaube ich, ich sage, dass ich sie möge. Irgendwie sowas. Auch im Konjunktiv 2, dass ich sie mögen würde oder sowas, das machen wir halt alles nicht. Das ist schon mal ganz gut, weil wir müssen auch dann nicht so viele unregelmäßige Sachen auswendig werden, wie im Deutsch. Hier haben wir einmal alle Zeiten aufgeschrieben, die wir haben können. Und je nachdem, welche Zeit wir haben, müssen wir das halt in der Indirekten Rede halt anfassen. Also das wären jetzt halt so Sätze wie, ich sage Doppelpunkt und dann Indirekte Rede. I like you, I have liked you, I liked you, I had liked you, I will like you und so weiter. Das sind jetzt alles halt Beispiele für direkte Rede. Und wir gucken uns an, wie wir die halt in die Indirekte Rede umsetzen würden. Dann machen wir mal eine kleine Fallunterscheidung, weil wir müssen darauf achten, ob halt die Indirekte Rede in der Gegenwart oder in der Vergangenheit eingeleitet wird. Ich sage, dass ich sie mag oder ich sagte, dass ich sie mochte, möge, was auch immer halt im Deutschen. Weiß ich jetzt möglichst aber gar nicht. Aber im Englischen ist das wirklich ganz angenehm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Gegenwart haben, dann bleibt alles gleich. Wenn jetzt zum Beispiel halt der Satz ist, I say, Doppelpunkt, I had liked you, dann wird daraus einfach, I say that I had liked her. Na klar, wir müssen das mit dem you und dem er anpassen, aber die Zeit bleibt komplett gleich. Und das ist für alle diese Zeiten gegeben, solange halt das say oder says davor steht. Wenn dann said steht, also sowas wie, ich sagte, dass ich sie mochte, dann müssen wir diese ganzen Zeiten anpassen. Und das habe ich hier einmal hingeschrieben, wie wir die anpassen. Aus dem simple present wird simple past. Aus all diesen drei Zeiten, die in der Vergangenheit sind und ganz normal gebildet werden, also present perfect, simple past und past perfect, wieder stehen alle im past perfect. Also deswegen habe ich auch hier das genau gleich Zeichen gemacht. Aus I will like you wird I would like you. Aus I am liking you wird I was liking you. Und aus diesen Zeiten hier, also diese progressive Zeiten halt auch wieder im perfect, past und past perfect, die werden alle zu past perfect, progressive. Also wir merken schon, dass bei diesen drei Zeiten das gleich funktioniert. Aus simple present, ob es halt progressive ist oder nicht, wird auf jeden Fall simple past. Aus I will, wird rot. Also es wirkt am Anfang halt, erzählt das relativ viele Sachen, aber vor allen Dingen dadurch, dass das hier komplett gleich bleibt, ist das eigentlich überschaubar. Denkt euch da rein, guckt euch die Tabellen halt nochmal an, dass ihr das gut rein kriegt. Und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg mit den Aufgaben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. x x x x x